Für mich sind die größten Stärken einer bunten Gesellschaft, dass man ja von anderen lernen kann. Und das ist einfach schön, das auch zu erleben und sonst wäre die Welt ja doch ziemlich langweilig. Ich glaube die größte Herausforderung, das sind einfach die unterschiedlichen Werte, die Menschen in sich tragen. Ja, Ausgrenzung ist ein ganz ganz großes Thema und ich selber habe das auch schon mehrfach erlebt. Wichtig ist für mich tatsächlich einfach mein Gegenüber auch zu verstehen. Ich möchte die Argumente kennen und ich möchte wissen, wo kommt die Meinung her und dann versuche ich einfach in ein klärendes Gespräch zu gehen. Vielfalt macht uns nur stärker. Germany United.